Allergien. Etwa ein Drittel aller Deutschen leiden darunter. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, gegen Allergien vorzugehen. Erstens, das Vermeiden von Allergenen. Das ist schwieriger, als es sich anhört. Zuerst müssen Sie herausbekommen, wogegen Sie allergisch sind. Dazu gibt es Allergietests. Verschiedene Substanzen werden auf die Haut aufgetragen und ein Arzt kontrolliert die Reaktionen wie Rötungen und Schwellungen. Sollte der gesuchte Auslöser so nicht gefunden werden, können Sie auch ein Allergietagebuch führen. Darin halten Sie fest, wann welche Beschwerden auftreten. Wenn Ihnen das Allergen bekannt ist, vermeiden Sie den direkten Kontakt. Das ist bei Milchprodukten, Eiern und Nüssen gar nicht so leicht, da sich Spuren davon in vielen nicht zu erwartenden Lebensmitteln befinden. Bei Pollenallergie können Sie die Pollenflugvorhersage verfolgen und in der schlimmsten Flugphase auf das Joggen im Freien verzichten. Außerdem vor dem Schlafen die Haare waschen, um keine Pollen ins Bett zu tragen. Zweitens Symptome bekämpfen. Antialergiker lindern die Reaktionen, ändern aber nichts an der Allergie an sich. Bei sehr starken Reaktionen kann Kortison helfen. Manchmal kann man die Symptome aber schon schmälern, indem man beispielsweise bei Heuschnupfen Melkfett auf die Schleimhäute in der Nase streicht. Die Pollen erreichen so nicht die Haut und können keinen Juckreiz verursachen. Drittens die Allergie behandeln. Homöopathische Anwendungen versuchen die Selbstheilungskräfte zu stärken und ohne Nebenwirkungen die Ursachen der Allergien zu beseitigen. Die BIC übernimmt die Kosten dieser Therapie. Bei der Hyposensibilisierung spritzt der Arzt jede Woche Allergene unter die Haut, um den Körper langsam an die Substanzen zu gewöhnen. Das kann bis zu drei Jahre dauern, zeigt aber oft sehr gute Resultate.